Ja, Shalom zusammen und schönen guten Abend. Ich melde mich mal spontan mit einer kleinen Sprachnachricht. Wir nähern uns ja mit langsamen Schritten oder schnellen Schritten dem Schabbat. Langsam wird es ja dunkel. Und ich wollte noch mal erinnern an einen Vers aus dem Neuen Testament, wo es ja auch heißt, dass wir als Christen so wandeln sollen, wie unser Vorbild Jesus Christus gewandelt ist. Da stellt sich die Frage, hat Jesus den Sonntag geheiligt? Nein, er hat den Sabbat geheiligt. Hat Jesus Weihnachten, Ostern oder irgendwas anderes von diesen heidnischen Gedöns gefeiert? Nein, Jesus hat Laubhüttenfest gefeiert, das Passat gefeiert, die Feste Gottes, die sieben Feste des Herrn. Hat Jesus irgendwie die Dreieinigkeit gelehrt? Nein, Jesus sagte, mein Vater ist größer als ich. Im Buch der Offenbarung sagte Jesus, dass er einen Gott hat. Das lehnen ja die meisten Christen ab. Die meisten Christen sagen, Jesus ist ein mächtiger Gott. Jesus hat keinen Gott. Und Jesus sagt, ich habe einen Gott. Also, wem wollen wir glauben? Christus oder dem Christentum? Wir sehen also, wir müssen dem Christentum uns entsagen, wenn wir dem Christus folgen wollen. Und deswegen kann ich nur appellieren, dass das Christentum hinter euch, das Christentum folgt nicht Jesus. Das Christentum hat einen Osterhasen und einen Weihnachtsmann und Sonnengottanbetungen in ihre Religion mit aufgenommen, von den Heiden. Einfach übernommen. Warum? Weil die früher im dritten, zweiten, vierten Jahrhundert Antisemiten waren. Das waren Heiden, die wollten ihr eigenes Ding machen, I did it my way, weil die sich von den Juden distanzieren wollten. Auch von den Juden und von den Heidenchristen damals. Die haben ja alle den Sabbat gehalten, bis diese Kirche da mit ihren Konzilen angefangen hat und alles verändert haben, auch durch Kaiser Konstantin. Deswegen kann ich nur appellieren, wer dem Christentum folgt, gerade dem heutigen LGBTQ-Christentum mit Transgender-Männer und mit, ja, ich suche mir mal mein Geschlecht aus und mit, ja, Impfen ist ein Akt der Nächstenliebe. Wollt ihr wirklich mit so einem Christentum was zu tun haben? Also ich auf gar keinen Fall. Es werden immer mehr, die auch vom Christentum sich absagen. Das kann ich nur jedem empfehlen, denn wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder dienen wir den Pastoren des Christentums, die den Osterhasen und den Weihnachtsmann da feiern, den Sonntag heiligen, den niemand in der ganzen Bibel jemals geheiligt hat, auch nicht im Königreich Gottes jemand heiligen wird. Oder wir heiligen oder feiern vielmehr das, was Jesus gefeiert hat, was total Sinn macht, wenn doch Jesus unser Vorbild ist. Deswegen Christus first, Christentum weg. Das ist mein Motto. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der das erkannt hat und noch erkennen wird. Und dann wird er auch den Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Denn wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann können wir nicht den Weg des Christentums gehen. Die haben den Weg längst verlassen, den Jesus gegangen ist. Und da können die ganzen Irrelehrer mich noch so sehr irgendwie als, ja, Gesetzeschristen, Torachristen, äh, wie heißt es im Neuen Testament, bzw. auch im Alten Testament, der Verstand der Gesetzlosen ist wenig wert. Im Neuen Testament heißt es, nicht die werden gerechtfertigt, die auf das Gesetz hören, sondern diejenigen, die das Gesetz befolgen sollen, gerechtfertigt werden. Das hat Paulus gesagt. Und ich vertraue lieber Paulus als den gesetzlosen Pastoren heute im Ostereierchristentum. Deswegen nochmal Christus first, Christentum weg. Und in diesem Sinne einen schönen Abend.